So meine lieben Runden Freunde, ich habe mir meine Runden des Tages gezogen und die möchte ich euch wie immer vorstellen. Also legen wir los. So, die Runden die ich bekommen habe für heute sind T-Wars, die habe ich geklemmert mit Bergkaner Merkstave. Das heißt also, Judgment, also Justiz oder nicht unbedingt Anklage, aber ja, Beurteilung, Beurteil, basierend auf einem Fehlen an Wachstum und Progress, also Fortschritt. So, und die Runde des Bottom of the Deck ist Anzus. Die Runde der Kommunikation, die Weisheit und die Macht des gesprochenen Wortes. Ich werde also heute viel kommuniziert. Ja, also kann ich mich mal eine zusätzliche Wasserflasche hier einpacken in den Auto, ins LKW. In den LKW, dass ich genug zu treten habe, wenn ich heute viel kommunizieren muss. Tja, aber alles in allem ist heute Freitag und genauso zum Wochenende. Das freut mich, das ist gut. Ja, also dann danke fürs Zusehen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.